Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Diablo 4 und es geht um die Pagenotes, sie waren angekündigt gewesen, dass sie ja jetzt zeitnah kommen sollen, denn ja das Campfire war schon mal, sag ich mal, relativ kurz gewesen dieses Mal. Es gab ja auch viel anderes Berichten, gerade von den neuen Events und so weiter, man hat aber gesagt, dass man die Klassen verbessern wird, dass man dort einiges machen wird, um mehr Schaden komplett überall praktisch herumzubringen, außer halt beim Geistgeborenen, wo sie sagen, dass er ja so stark ist, weil da Mechaniken genutzt werden, die so nicht geplant sind und die Mechaniken werden halt nicht geändert. Ehrlich gesagt finde ich das auch vollkommen in Ordnung, ich hatte einen Kommentar gelesen gehabt, da war es dann eher so ein bisschen kritisch gewesen mit, ja, die wollen den bloß nicht nerven, ja, nerven ist auch immer schlecht, ne. Versetzt sich in die Leute rein, die in den Spiritborn spielen, die dann ihr ganzes Equipment darauf ausgerichtet haben, mit diesen Mechaniken zu arbeiten und dann wird das genervt und dann muss man wieder irgendwie komplett umskillen, ja nicht nur umskillen, auch vielleicht andere Items und so weiter einsetzen. Ich finde das okay, dass sie dann nichts weiter gemacht haben. Schade natürlich für die anderen Klassen, aber es ist ja kein Gegeneinander in dem Sinne, ist das halt, finde ich persönlich, nicht so schlimm. Ist natürlich schade, klar, wenn sich die eine oder andere Klasse viel, viel mehr strecken muss, um irgendwie Pitchstufe 150 zu erreichen und der Spiritborn dort dann doch relativ gut durchmarschieren kann. Okay, aber was es alles gab, gibt es gleich noch einer kurzen Werbepause. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boosts für Diablo 4, checke einfach MMO-EXP, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODI und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und damit sind wir auch schon zurück in den offiziellen Patchnotes. Wie immer nur in Englisch verfügbar, ist immer sehr, sehr schade, finde ich, weil man die meisten Skills ja entweder halt auf Deutsch und Englisch im Kopf haben muss oder aber man spielt halt schon immer auf Deutsch und weiß gar nicht, Hey, Mighty Thro, ist das jetzt der mächtige Wurf? Ja, nein oder so. Ist ein bisschen schade, macht das immer nicht so leicht. Also, wir fangen an mit den Patchnotes. Jetzt ist das Schöne, ihr seht das hier in der Mitte, so schön grün geschrieben. Vessel of Patriots, habe ich nicht drauf geachtet, ne? Und scroll so durch, was passiert und dann, ich scroll mal ganz kurz erstmal weiter runter, ne? Das nehmen wir mal vorweg. Spiritborn, Buffs vom Spiritborn, hatten sie auch im Campfire angekündigt gehabt und zwar geht es hier letztendlich um diese ganzen Gift-Skillungen, halt all die momentan relativ unbeliebten Bills, die also wirklich wenig genutzt werden. Da versucht man halt, die auch ein bisschen zu pushen, damit der Spiritborn halt nicht nur mit Quill Wally gespielt wird, Stachelsalbe, sondern halt auch mal mit anderen Skillungen. Deswegen gibt es hier Buffs für sei nicht immer nur der Stachelsalbe Geistgeborene. So, aber wieder nach oben. Auf alle Fälle, halt genau, Entschuldigung, jetzt habe ich mich echt verbirren lassen. Und dann denke ich, hä? Und jetzt kommen schon Bugfixes. Was ist mit den anderen Klassen? Ja, neuerdings gibt es die Patchnotes aufgeteilt in Basisspiel und in Erweiterung. Macht ja auch Sinn, ne? Macht ja auch Sinn. Nur ich wunderte mich, ich denke, wie? Haben die jetzt die ganzen anderen Klassen weggelassen? Nein, haben sie natürlich nicht. So, wir haben zuerst Runen-Updates. Runen werden praktisch über den Daumen, kann man sagen, fast alle einfach verstärkt. Fast, ne? Die Tal-Rune sehen wir hier, Schaden reduziert von 300% auf 150%. Allerdings spawnen auch drei Schwärme. Ich weiß gar nicht, wie viele es vorher waren bei der Tal-Rune. Deswegen eventuell hier der Damage-Reduzierer. Angesetzt an dieser Stelle kann ich nicht ganz genau sagen. Die Tal-Rune nie genutzt. Die Moni-Rune ist relativ beliebt. Und da sind dann halt auch die Kosten von 25 auf 35 hoch, ne? Wie viel Opferung man braucht. Und so haben wir das hier auch. Hier haben sie auch die Opferkosten hier reduziert bei der Tal-Rune von 400 auf 300. Also so leichte Überarbeitung an den Runen generell. Aber alles wirklich relativ leicht. Ich denke nicht, dass sich dadurch viel ändern wird, welche Runen man nutzt. Und deswegen kommen dann als nächstes die Söldner ran. Die Söldner wurden alle gebufft. Ich glaube, da beschwert sich keiner, ne? Die spielt ja kein Spieler. Die sind ja KI. Die wurden alle gebufft, ne? Wir sehen das hier. Erhöhter Taunt, ne? Von 3 auf 5 Sekunden Taunt. Entschuldigung. Taunt natürlich. Ähm. Er, der Schild, wenn er den wirft, ne? Prallt von mehr Targets ab, ne? Von mehr Zielen. Von 3. Also jetzt 9. Vorher waren es nur 3. Schaden geht hoch. Wird verdoppelt. Und all das hier. Also auf allen Söldnern sind Verbesserungen drauf. Ich habe das auch mal gesagt gehabt in irgendeinem Video. Dass die Söldner Richtung Endgame dann doch relativ egal werden. Relativ egal, ne? Sie haben ja so ein paar Fähigkeiten, Fertigkeiten, die einem ja schon helfen. Alleine hier nur der zusätzliche Rüstungs-Buff, den man hat, wenn man Rahia mitnimmt. Aber, dass sie halt so von der Performance her dann doch relativ schwach werden. Und deswegen wird hier überall alles erhöht, 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 ne? Schaden um 200% erhöht. Von 140 auf 200, von 65 auf 85 und so weiter und so fort. Also alle bekommen hier einen Buff. Alle Söldner. Ob sich das dadurch eventuell umändern wird, dass man einen anderen Söldner mitnimmt, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die anderen auch nicht nutze. Weil halt, wie gesagt, die waren für einen Schaden egal. Mir ging es nur um die Fähigkeiten, die Fertigkeiten. Da halt Rahia zum Beispiel halt, wie gesagt, wegen dem Rüstungs-Buff. Oder halt auch Variane, Variane, wegen ihrem Speed-Buff. Oder aber halt auch wegen, was hat sie sonst macht sie noch? Nochmal umwerfen. Aber auf alle Fälle, das sind die Änderungen an den Söldnern. Dann, wie gesagt, Spirit-Borna bin ich ja eben gerade vorgeprescht, ne? Dass dort halt, wie gesagt, die ganzen Sachen gebufft werden, die momentan wenig genutzt werden. Dann legendäre Aspekte. Unique-Items werden auch ein bisschen umgeändert. Werden aber auch eigentlich alle stärker gemacht, ne? Also wirklich, wenn hier auch reduziert steht. Aber Vigor Dwayne wird reduziert. Statt 25 bis 5 auf 14 bis 4. Schaden erhöht von 25 bis 32, von 26 auf 54. Also überall Verbesserung, Erhöhung bei den Aspekten auch dabei, dass es da nichts gibt, wo man irgendwie meckern müsste. Und dann kommen schon die Bugfixes. Da ist jetzt allerdings auch nichts Interessantes dabei bei den Bugfixes. Wirklich, das sind alles so Kleinigkeiten, wenn Sachen nicht so richtig funktionieren. Ich habe eher gewartet eigentlich, dass hier irgendwas steht vom Kuriositätenhändler mal, weil der in der letzten Zeit echt nur noch Schrott auf der Hand hat. Und auch die Opale. Ich finde, teilweise bei manchen Opalen hat man das Gefühl, ob man die anhat oder in China verhältn sagt, reiß um. Gut, aber da ist hier nichts weiter zu finden. Dann können wir schon an dieser Stelle rübergehen. Jetzt kommen wir zum Base-Game. Und hier gibt es dann auch für die Unique-Items, also für die mythischen Gegenstände, gibt es hier zum Beispiel für Andariets Gesicht, ne? Heißt das wirklich Gesicht auf Deutsch? Andariets Helm? Auf alle Fälle der Schaden erhöht von 3.000 auf 4.000. Dann hier die schönen Pentent Griefs, die Eisstiefel. Da ist jetzt das Chill, was die verursachten, wenn die Mops da durchrennen, dreimal höher. Und auch hier legendäre Aspekte, die zusätzlich nochmal gebufft werden. Und dann kommen die einzelnen Klassen. Und die einzelnen Klassen ist es so, dass der Barb auf alle Fälle massiv gebufft wird. Und zwar in allen Richtungen. Wirklich in allen Richtungen. Sei es hier der Hotabab zum Beispiel, der bekommt einen guten Buff. Wenn man mit Abhevel arbeitet, kriegt man ebenso gute Buffs. Aber viel interessanter wird es dann weiter unten hier auf alle Fälle. Es wird alles gebufft, ne? Also wirklich, ist ja auch notwendig. Ist ja auch notwendig, ne? Kick von 18% auf 60%. Okay, das macht jetzt nicht so viel aus, ne? Interessant ist das so bei Sachen, die halt aufeinander stecken, ne? Wo dann halt der Grundschaden erhöht wird. Und dadurch dann halt diese ganzen Buffs, die man ja oben drauf hat auf den normalen Schaden, dann massiv erhöht werden. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Was ich hier auf alle Fälle gesehen hatte, genau. Der Mighty Throw, also der mächtige Wurf, wird massiv erhöht, ne? Also von 80%, also der Basisschaden, ne? Der Basisschaden erhöht von 80% auf 120%. Und darauf kommen ja noch unsere ganzen Multiplikatoren. Also das muss sich wirklich massiv auswirken, das vom Schaden her. Und dann haben sie noch eine andere Geschichte gemacht. Und zwar haben wir hier beim Paragon Board. Einmal Blutrage, der legendäre Knoten. Der Maximumschaden ist erhöht worden von 30% auf 45%. Das ist also auch nochmal massiv. Und das betrifft ja alles, ne? Das betrifft ja egal, welche Skillung ihr spielt. Das betrifft euch, dass ihr einfach mal eben hier einen Damage-Bonus statt 30% 45% habt, ne? Und auch genauso Schaden an verwundbaren Gegnern wird verdoppelt. Und der Overpower-Schaden wird auch verdoppelt. Also der Barb muss hier wirklich mächtig profitieren von den Änderungen. Gehe ich ganz stark von aus. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja gerade dabei, einen Barb zu machen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Droide. Droide wird gebufft. Ja, auf alle Fälle auch. Droide performt ja aktuell in der Season am schlechtesten. Das Interessante ist eigentlich, finde ich, also es ist so, jede Skillung hat irgendwie so ein bisschen was bekommen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel ist, wo jetzt, ich sage jetzt wie beim Barb, hier ist der Grund-Damage einfach massiv erhöht und alles kommt oben drauf. Es sind wirklich so die einzelnen Sachen. Der Tornado kostet halt weniger Spirit zum Beispiel, ne? Oder halt hier der Gift-Schaden wird erhöht, ne? Also fast verdoppelt kann man beinahe hiervon sprechen, ne? Aber das sind halt einzelne Fähigkeiten, ne? Das sind einzelne Fähigkeiten. Was sehr interessant ist, ist es auf alle Fälle beim Passiv, ne? Hier Ursulian Strengths, Overpower-Damage würde erhöht von 45 auf 70 Prozent. Das ist wirklich viel. Aber muss man halt in der Skillung drin haben, ne? Der Werbeer wurde verbessert. Der Werwolf wurde verbessert, ne? Also auch da alles Verbesserung an dieser Stelle für den Droiden, die sich aber in meinen Augen in Grenzen halten. Das ist okay. Er wird gleich stärker und zwar in vielen, vielen Aspekten. Aber ob da jetzt wirklich dann irgendwo das super Ding bei rauskommt, glaube ich nicht. Sondern nur einfach, ja, über die ganze Droiden-Schar hinweg sozusagen so ein leichter Damage-Boost für jede Skillung. So, vom Droiden, der, wie gesagt, also es wird wirklich viel gemacht, ne? Es wird wirklich an vielen, vielen Schrauben gedreht, ne? Halt auch bei den Aspekten, ne? Auch hier gehen die Sachen wirklich massiv hoch. Vielleicht sind ja doch da so viele, ein paar Sachen dabei, dass die wirklich massiv aufeinander stacken und der Schaden danach sehr gut wird. Manchmal sind die Jungs ja bei Blizzard gar nicht dumm. Das heißt, meistens sind sie ja relativ klug und wissen schon, warum sie welche Werte anheben. Muss man sich überraschen lassen, was dort passiert. Unique-Items wurden auch ein wenig angepasst an dieser Stelle. Und das Paragon-Board, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so, obwohl hier haben wir halt auch, ne? Damage increased von 150 zu 300 Prozent auf Skills-Based Damage, ne? Da und Glückstreffer-Chance erhöht von 15 auf 40 Prozent, ne? Das kann interessant werden. Der Nekro ebenso der Verlierer des Patches, muss ich sagen. Nicht, weil er schwächer wird, sondern er wird halt auch nur leicht gebufft. Aber der Nekro performt auch sehr gut. Ich würde sagen, dass man den Nekro ruhig momentan auf Platz 2 einordnen kann. Von seinem Schaden her sieht man ja auch auf den Pitchstufen, in welchen Geschwindigkeiten die wie gerannt werden. Und da ist der Nekro sowieso schon ziemlich gut dabei. Und bekommt jetzt hier halt auch nochmal Buffs auf die unterschiedlichen Fähigkeiten überall so ein bisschen. Das bedeutet, dass weiterhin jede Skillung, ja, einen kleinen Damage-Boost bekommen hat an dieser Stelle. Jede Skillung des Nekros, kann man sagen, hat einen Damage-Boost erhalten. Es ist jetzt nicht eine Sache, die massiv herausragt, sondern halt auch wieder viele Kleinigkeiten, die sich irgendwo dann addieren. Und so halt im Gesamtbild zu jeder Skillung dafür sorgen, dass diese Spaß macht zu spielen. Dass man da wirklich verschiedene unterschiedliche Dinge machen kann. Dann auch hier Verbesserung bei einigen Unique-Items, damit diese halt auch gerne mal genutzt werden. Und damit kommen wir zum Gewinner des Patches. Ja, zum Jäger. Also Jäger und Barb, da bin ich noch momentan überlegen. Weil diese legendären Knoten im Paragon-Boost, ob die in den Barb nicht da stärker pushen, eventuell noch als den Jäger. Aber der Jäger wird auch sehr, sehr gut gepusht. Also wirklich sehr, sehr gut. Sei es der durchdringende Schuss oder die Schraubklingen oder überall sehen wir hier sehr, sehr gute Erhöhung. Alleine bei den einzelnen Skillungen. Auch da scheint wieder wirklich viel zu gehen, dass man wirklich entweder, ja ich wollte so ein Dance of Knives-Rug momentan, Jäger momentan machen. Also Klingentanz, Klingentanz ist glaube ich die deutsche Variante. Aber wenn ich das hier so sehe, bin ich echt überlegen, vielleicht mal gucken, Penetrating Shot. Weil dann haben wir hier auch nochmal eine Änderung. Bekommen nochmal 50% mehr Schaden obendrauf. Vorher gab es nur ein Slow und Knockdown, jetzt gibt es nochmal 50% Schaden obendrauf. Sehr interessant, sehr interessant auf alle Fälle. Aber auch so ansonsten, ihr seht es, Flurry hoch von 130 auf 150, Advance von 10 auf 15%, Schnellschuss von 33 auf 40. Überall wirklich gute Buffs, selbst Dash ist hier gebufft nochmal um 25%. Hier Dance of Knives, die Skillung, die ich momentan gerade im Auge habe, eigentlich für meinen Jäger. Er bekommt auch hier den Grundschaden erhöht von 64 auf 86%. Das passt alles beim Schurken. Also der Schurke bekommt wirklich an jeder Stelle wirklich massive Buffs. Ich finde es wirklich sehr massiv, was hier hochgeht. Exploit zum Beispiel oder Ausnutzen, Ausnutzen glaube ich in der deutschen Variante. Statt 6, 12, 18 gibt es jetzt 8, 16, 24%. Man hat ja sowieso die drei Punkte drin, Exploit, also 24% statt vorher 18% Schaden. Sehr, sehr gut, ne. Victimais, Aufopferung, Opfer, ich sag ja, das ist immer ein bisschen schwerer mit den englischen und deutschen Skills hier wirklich klar zu kommen. Aber auch hier, die Schadensskalierung erhöht sich von 120 auf 150%. Also das passt definitiv also beim Jäger richtig gut. Beim Jäger richtig gut. Und auch hier zum Beispiel, sehen wir auch im Paragon Board zum Beispiel hier, ne. So, wenn Inner Side full ist, ne, also innere Sicht voll ist, dann wird der Schaden erhöht von 35 auf 60%. Das ist nur ein Paragon Punkt, den man sowieso eigentlich beim Schurken mit dabei hat, geht massiv nach oben. Dann kommen wir zur Zauberin, zum Zauberer. Hier ist es so, dass ich sagen würde, über den Daumen hinweg, steht ihr auf Feuer, seid ihr auch der Gewinner des Patches. Also Feuer wird sehr, sehr gut gebufft, wird sehr gut gebufft, der Rest nicht ganz so stark, ne. Wir sehen es hier, Meteor wird hier gebufft, ne. Der erweiterte Meteor wird gebufft, die Hydra wird gebufft, also nicht nur Meteor-Skillung, sondern oft hat man ja auch Hydra und Meteor zusammen drin. Dann hat man den gebufften Meteor plus die gebuffte Hydra und auch der neue Skill erhöht von 40 auf 70%. Entzünden, entzünden glaube ich, ne. Auch ganz starker Buff, 120 zu 162, also das lohnt sich wirklich, wie das Mastery, mal eben verdoppelt, ne. Mal eben verdoppelt der Schaden, Combustion, weiter hochgesetzt, also all diese ganzen Feuersachen. Daraufhin kommt hier gerade der Winter da unten, aber ihr seht das hier. Oben haben wir fast nur Feuerschaden und dann kommt hier ein kleiner Punkt für Kälteschaden, ne. Also daher macht Feuerzauber, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Sieht sehr, sehr gut aus und auch hier natürlich ein paar Aspekte nochmal verbessert und auch hier nochmal ein paar Glyphen, damit man die eventuell benutzt und hier sehen wir es halt auch wieder, ne. vom Feuerzauberer, die Glyphe, auch nochmal die Bonusrate von 2% auf 3% und das Cap von 10 auf 18% hoch, also fast verdoppelt. Das ist wirklich massiv, also das sind schon gute Buffs auf alle Fälle für alle Klassen dabei. Jede Klasse kann glücklich sein. Wie gesagt, der Nekro vielleicht am wenigsten, weil er den wenigsten Boost bekommen hat, aber der Nekro ist ja auch momentan schon bereits sehr, sehr gut dabei und deswegen passt das im Großen und Ganzen. Beim Droiden hätte ich mir mehr gewünscht. Vielleicht habe ich da den einen oder anderen Punkt übersehen, der sich kumulativ dann irgendwie dann wirklich massiv noch nach oben entwickelt. Droide, habe ich momentan das Gefühl, wird weiter auch nach dem Patch schon ein bisschen das Sorgenkind bleiben vom Damage her. Aber auf alle Fälle, das was wir versprochen haben, haben sie eingehalten. Alle Klassen werden gebufft, werden näher herangebracht Richtung Spiritborn, werden den nicht erreichen können. Auch das haben sie vorweg gesagt. Und deswegen denke ich, das sind gute Patchnotes, auf die wir uns da freuen können. Und dazu kommen ja dann auch noch die Events. Das bedeutet, wenn ihr halt momentan eine der Klassen ja im Auge habt und sagt, hey, jetzt will ich aber mal Jäger spielen, wenn der so gebufft wird. Oder jetzt will ich meine Feuersorg auspacken. Jetzt bekommen wir auch noch die ganzen Boni durch die Events, was die Erfahrungspunkte betrifft. Das bedeutet, man kann da auch mal eben schnell hinterher leveln. Nochmal so einen Charakter, denke ich, würde ich an dieser Stelle vielleicht machen. Das war es von mir mit den Neuigkeiten zu Diablo. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal.